Musik Hallo liebes Publikum und liebe Weinfreunde. Herzlich Willkommen in Bogenheim. Wir eröffnen heute die Weinstandsaison an der Weinlaube. Aufgrund der Wetterlage in diesem Jahr mit Glühwein. Zum Wohl. Wir haben uns gut eingedäht und gewartet bis das Schnee wagt. Kalt war es. So dass man Glühwein trinken kann. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht.